So, hier sind wir in Miami-North, hier sind die ganzen kleinen schönen Häuschen, massiv bauweise ist das hier alles, das kleine Blätterbuch, traumhaft schön, so kann man in Miami als normalsterblicher dann einen kleinen Schluck in den Häuschen außerhalb von Miami Beach, hier. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Hallo Matthias, alles Gute, hier mein Geburtstagsgeschenk für dich, ein guter Red Lobster. Sieht lecker aus. Sieht perfekt aus. Bist du zufrieden, mein Schatz? Ganzartig. Und es wird ein wunderschöner Tag und wir sind ganz weit gefahren, wir sind von Miami Beach nach North Miami gefahren, extra zu Red Lobster und haben heute früh schön gefrühstückt im Hotel sind jetzt hier bei Red Lobster und nachher werdet ihr noch sehen, dass wir zum Ocean Drive nochmal fahren und da werdet ihr weitere Sachen von uns von heute sehen und wenn ihr jetzt mehr sehen möchtet von unserer Tour hier durch Miami, einfach unten auf Gefällt mir für Reiseberuf Weller drücken und dann werdet ihr noch weitere Videos sehen und einen guten Appetit werde ich jetzt haben und ich hoffe, wenn ihr in Amerika seid, dass ihr auch bei Red Lobster einmal einen Lobster genießen könnt. Ade! Und Matthias, wie schmeckt dir dein Geburtstagsgeschenk? Mein Geburtstagsgeschenk schmeckt mir super lecker, aber ich bin noch Motz am Kämpfen mit diesem Viech. Wie nennst du das Viech? Das darf aber nicht sein, Schatz. Mit meinem Lobster. Jetzt kriege ich das jetzt überhaupt raus. Ah! Ah! Ich mache das aus, ich sage, ich esse den ganzen Tag! so das letzte stückchen hat jetzt das allerletzte stückchen das allerletzte stückchen aber dafür das ist das längste teil wenn er nicht brechen würde wenn er nicht noch was muss es leider einzeln rausholen ist einzeln raus aber ich sehe deinen blick Mmmh, lecker, 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 lecker. Lecker. Ah, da ist es. Mmmh. 丈夫. Eing. Ich danke dem pantsig. Ich danke Ihnen beim Sprigando. провер return. Ihr kован. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.